Musik Musik Ich habe 1998 mit der Ausbildung hier bei Musik Alexander begonnen, habe dann danach zehn Gesellenjahre absolviert, bis ich dann den Entschluss gefasst habe, Meister zu werden. Ich war tatsächlich allein auf weiter Flur als Metallblast-Instrumentenmacher und ich bin auch sehr froh, dass die Handwerkskammer sich überhaupt bereit erklärt hat, für einen einzigen den ganzen Apparat in Schwung zu bringen. Vorrangig habe ich es für mich erst einmal getan, um mal so ein bisschen voranzukommen im Leben auch mal wieder. Man muss sich ja mal irgendwann auch mal was beweisen, sich selber, und da war das natürlich eine hervorragende Gelegenheit. Für mich ändert sich erst einmal nichts weiter. Gut, ich könnte mich jetzt selbstständig machen, aber es ist natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Das weiß besonders derjenige, der selbstständig ist. Und da ich hier einen sehr sicheren, soliden Arbeitsplatz habe, bin ich eigentlich ganz froh, dass es einfach so weitergehen kann. Ich habe jetzt keinen Vor- und keinen Nachteil dadurch, dass ich den Meister gemacht habe, aber ich fühle mich besser. Ich arbeite bei der Firma Continental Tevis. Und da wird in drei Schichten gearbeitet, rund um die Uhr. Wir arbeiten zwei Schichten im Wechsel, früh und spät, und eine Dauernachtschicht. Ich arbeite auf der Dauernachtschicht und wollte meinen Meisterbrief machen. Und da war für mich nur die Möglichkeit, das in Teilzeit zu machen. Das bedeutet, zwei- bis dreimal die Woche über in die Schule gehen, nachmittags Schule und abends zur Arbeit dann natürlich. Und jeden Samstag auch in die Schule. Das ist natürlich nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Das ist für die Familie und für mich natürlich eine schwere Zeit gewesen. Aber im Endeffekt hat sich das natürlich gelohnt. Unser Betrieb wurde 1913 von meinem Urgroßvater gegründet, von meinem Großvater und meinem Onkel weitergeführt. Ich habe jetzt zwei Meisterbriefe in den Betrieb übernommen. Wir sind aktuell auf einem Mitarbeiterstamm von 18 Personen. Da haben wir uns auch die letzten zwei Jahre gut gehalten. Von den 18 Angestellten sind fünf Auszubildende in drei Ausbildungsberufen. Wir machen viele Fahrzeugaufbauten, machen Unfallinstandsetzungen, machen Lackierungen für unsere eigenen Fahrzeuge, auch Lohnlackierungen, aber auch Oldtimer-Restaurationen. Ich bin hier zwar als einzige Frau, das auch schon von Beginn der Ausbildung im Prinzip immer. Die Jungs sind natürlich nett, wie mit jedem anderen Kollegen allerdings aber auch. Da ist da keine Sonderstellung oder so. Das ist alles ganz normal. Ich komme aus Tunesien. Ich bin seit 2001 hier in Deutschland. Ich habe fünf Jahre gebraucht, bis ich ein Arbeitserlaubnis bekommen habe. Und dann habe ich im Nachhinein eine Ausbildung angefangen. Das habe ich auch erfolgreich beendet. Und bin ich bei der Firma geblieben, bin ich übernommen worden. Danach habe ich die Meisterschule angefangen. Und mittlerweile bin ich jetzt bei der Firma M&M Haustechnik hier beschäftigt als Meister. Das Handwerk ist für mich eine Grundlage, um hier in Deutschland erfolgreich zu leben. Ich bin mit allem zufrieden, was ich gemacht habe in letzter Zeit, die letzten Jahre, was ich hier an beruflichen Gang gemacht habe. Ich bin sehr zufrieden. Ich kann jedem empfehlen, das zu machen. Ich bin sehr zufrieden.